August, Ernst, Radon, Koba, Dachbaustoffe, okay, oh, der Hanske klacht, nein, das ist ein Pannelfahrzeug, ein LKW, oder vielleicht doch, es wird abgeschleppt jetzt, nee, es ist ein Schwertransporter, es ist ein Rastro, gut, überholen, Verboten, für alle Fahrzeuge, nicht mal, das Kaffee kann ich mir auch später holen, wir fahren schon 91, siehst du mal, wir fahren den Brenner wieder runter, Blee-Stadt, 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 dann blendet er nicht so, noch viel dunkler im Allmann, immer eine gute Idee in Niedersachsen, dann kommt ein Kreuz, das ist schon ein Kreuz und ein Kreuz, dann kommt ein Kreuz, das ist schon ein Kreuz und ein Kreuz, Maschener Kreuz, drei Kilometer, Hannover kann aus, Lüneburg, was haben wir denn da, Seewetal, Maschen, Lübeck, Berlin, Bremen auf der 39 und auf der 1, DAB 39 und DAB 1 in 800 Metern, das ist freudig, gell, das ist kein Deutscher, kein Ahnung, was das für ein Kennzeichen war, Schweden, Norwegen, der in der Mark war es nicht, das weiß ich, Schweden auch nicht, ich habe ein anderer Kennzeichen, Norwegen vielleicht, Beh š manchmal, wir will zwei ein lang�etzen, aber mache jetzt die Hühne, Tronend, die sagen immer wieder so, hier sind die schle� ситуerst wir in Durk, aber wir können ja sehr Platzasis, die durch die Welt der Weltzep Professor zurück Act Substanzotherapie nicht mehr so, vielleicht waren also mit DrK-Dno, Geb emissions getrennt zu haben die Idee in Corona Lockerienori, Ja, das ist schön jetzt, sehr blechig gerade, wir fahren Hannover, da fahren wir Richtung Kassel, da kommen die Berge, also wenn er mit 8 Tonnen schon Bergen raufkriecht, wie ist es dann mit 18 Tonnen, 18,8 Tonnen haben wir drauf, 60 sind dann raufgefahren mit 8 Tonnen, jetzt haben wir das dreifache, naja fast, 8,16, nochmal die Hälfte, 8,16, 2 Tonnen, zeig mal, 17, das heißt hier schleich nach den Bergen rauf, Schrittgeschwindigkeit, Warnblinklichter und auf die Stadtspur rüber, das wäre lustig. Reduzierte Leistung, wir haben nur noch 300 PS übrig, von 510, das kann passieren. Ja gut, wir haben jetzt nur noch die Woche, aber dann fahren wir noch bis Donnerstag, dann ist der erste, dann ist Feierabend, Schichtenschaft. Es drückt mich mal wieder. Wow, jetzt überholen, komm, gib Gas, oder fahr eben hier rein, ist mir wurscht, ich fahr gerade, ach, 18 fahr eben rein, 18 ist hier, bis jetzt aufgucken. Ja, es geht genauso schnell wie ich, vielleicht einen Ticken schneller. Soll ich ihn vorbeilassen? Wenn er unbedingt vorbei will, dann ist mir das wurscht. Hasselhöhe, aber nur Essen. Ich hab jetzt noch mit dem Sparen. Dann hab ich das auch mal gesehen. Dann hab ich ja gesagt, es geht wirklich, schlag geht. Also kommt es mal vorbei. M1-44 . Wunderschön. Komm, wo wir, wir haben erlebt, Fiecher. Ich höre schon mal auf den Kopf. Was haben wir jetzt los? Ne, da will ich nicht runterfahren. Ruhlendorf, Rammelsloh, ich habe aber keine Lust. 82 wird angezeigt. 80 und Falt. Nein, Fälter, nein, Fälter nicht, 70. Aber jetzt, Fälter. 77. 50. Wollen wir nicht drauf diskutieren. Lassen wir lieber. Ob da noch offen habt, nachts, 0 Uhr, Hasselböe, Sailways und das andere Dingsbox da. Das sieht man leider nicht, das ist ein schöner Windschutz, Lärmschutzwall eigentlich. Ganz egal. So, und T1 können wir jetzt anpacken. Kassel, 280 Kilometer. Okay. Ich weiß, wir fahren nicht über Kassel. Stimmt. Wir fahren nämlich auf die A2. Am Monschein. Am Monschein. Am Monschein. Ach, wie romantisch. Am Monschein. Komm, wir laden Am Monschein aus. Die Straße heißt so Am Monschein 26. Natürlich. Wir werden aber geilen plötzlich nicht drauf. Die ist hoppen. 1000 Meter. Der nächste Schritt ans Fall. Die ganz Großen dürfen nur von 22 Uhr bis 56 Uhr fahren. Und die kleinen Schwertransporte, die dürfen auch am Tag. Der nächste Schritt. 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 96 km auf der Autobahn, 261 km haben wir vor uns, Fahrzeit 3 Stunden 29 Minuten, Ankunft 3 Uhr 28 Uhr Noch ein Geschwertransporter, von der Hand, von der Ruhe gewohnt, er hat keine Ruhe vom Boden Das klappt wieder dauernd, ey Das klappt wieder dauernd, ey Das klappt noch nicht bis zum., sind wir noch Oktober in Nassim? um